In einer meiner letzten Veröffentlichungen habe ich eine Nikola Tesla Spule vorgestellt, die immerhin in der Lage war, eine Leuchtstofflampe anzusteuern. Daraus erwuchs der Wunsch, einen echten Nikola Tesla Transformator aufzubauen, da ja der Herr Tesla ursprünglich Energie übertragen wollte, sogar über größere Entfernungen. Warum das nicht so einfach ist, werdet ihr in diesem Versuch auch sehen. Denn zuerst erst mal zu dem Bau einer größeren Spule, wie ich sie jetzt durchgeführt habe. Während ich die erste Tesla Spule noch auf einem alten Besenstiel gewickelt habe, auch in einer Länge von ca. 20 cm, aber mit relativ dicken Draht, habe ich jetzt ein Kunststoffrohr mit 5 cm Durchmesser gewählt. Ich habe auf diesen mit einem Trick einer Bohrmaschine, die über eine Phasenanschnittsteuerung geregelt ist, einen langsam drehenden Zylinder gebaut und dort mit etwas Fingerspitzengefühl und den Daumen als Führung ca. 700 Windungen 0,3 mm Kupferlackdraht aufgebracht. Dies ergibt in der Summe nachher mehr als das Doppelte an Induktivität der ersten Spule und insgesamt ist es immer noch eine kompakte Länge der Spule von 21 cm. Die Schaltung des zweiten Tesla Transformators orientiert sich wieder nach Schaltung aus dem Internet, wobei ich jedoch den Basisstrom einstellbar gemacht habe. Dieser Tesla Transformator kann einen dauerhaften Lichtbogen erzeugen, schwingt außerdem mit ca. 1 MHz und dient gleichzeitig zur Leistungsübertragung auf meiner ersten Tesla Spule, wie ihr hier an der blauen LED sehen könnt. Der Wirkungsgrad von dem System ist nicht sehr hoch. Ich stecke ca. 20 Watt in die Primärspule am Ausgang. Die LED wird mit 20 mW angesteuert. Neben dem Lichtbogen kann ich jetzt aber immer noch eine Leuchtstofflampe mit ansteuern, was mir den starken Leistungszuwachs gegenüber der ersten Lösung auch zeigt. Noch ein wichtiger Hinweis an Euch, den ich sonst im Internet selten finde bei dieser Versuchsanordnung. Der Plasmastrahl entzündet Papier und Holz in Kürze. Außerdem produziert diese Versuchsanordnung Radiostörungen bis in den WLAN-Bereich hinein und man löst sensorgesteuerte Schalter im Haus aus, wie Rollladensteuerungen und Lampen, die über einen Touchsensor gesteuert werden. Wenn Euch mein Beitrag gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020